Das Fortwerk in Saarlouis sucht ab sofort für das Ausbildungsjahr 2020 Auszubildende in mehreren Bereichen. Im folgenden Fernsehbericht erleben Sie einen kleinen Einblick in die Welt der Ausbildungsberufe bei Fort in Saarlouis, erzählt von jetzigen Auszubildenden. Interesse an einer Ausbildung bei Fort in Saarlouis? Rufe einfach direkt an. Die Ansprechpartnerin im Fortwerk ist Gisela Hafner. Telefon Saarlouis 06831 92 37 00. Noch einmal 06831 92 37 00. Alle Infos auch unter azubi-by-fort.de. Das Fortwerk Saarlouis freut sich auf Deinen Anruf, gerne auch von den Eltern. Übrigens, auf azubi-by-fort.de kannst Du Dich auch gleich direkt bewerben. Ja, nichts geht ohne CNC-Technik. DNG Mori. Was wird denn hier gemacht? Hier momentan wird ein Flaschenöffner gemacht. Wie wir sehen, wird da gerade das Saarlouis-Logo reingraviert. Können wir auch da gerade sehen. Und ja, das Schöne an der Maschine ist, wir haben angetriebene Werkzeuge. Das heißt, wir können an dieser Maschine drehen, sowie auch diese ovale Form per Programmanwahl werden die verschiedenen Werkzeuge aufgerufen. Wie in dem Fall gerade der Einstichmeißel. Und die sind alle eingespannt, vermessen. Und die Trommel wählt dann sozusagen das richtige Werkzeug aus und benutzt das dann auch in dem Fall. Ja, da haben wir einen Lehrgang. Und nach den Lehrgängen kommen wir an die Maschinen dran, auch an die Freismaschinen in dem Fall. Da drüben müsste einer am Laufen sein. Und da kann man die programmieren. Der Ausbilder guckt einmal drüber, ob das so funktioniert, ob das so klappt. Und ja, wirklich die Lehrgänge, die sind intern im Werk. Man muss nicht irgendwo hinfahren. Man hat große Weiterbildungschancen. Und das wird alles gefördert. Und deswegen ist das halt eine schöne Firma zum Lernen. Mein Papa arbeitet seit 35 Jahren hier. Ich wollte immer schon bei Ford nach St. Louis kommen. Weil ich war von klein auf echt großer Fan der Marke. Und ich war echt begeistert gewesen, dass ich bei Ford dann als Azubi angestellt werde. Ja, es ist natürlich eine besondere Aufgabe. Vor allem, wenn man sich dann ein Ford kaufen kann. Und weiß, dass man dem Auto auch selbst schon was gearbeitet hat, einen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Fahrzeug jetzt so da steht. Und wenn es dann seine Anforderungen erfüllt und man zufrieden ist, ist das natürlich ein gutes Gefühl. Und man weiß, warum man hier war. Die Atmosphäre ist einfach unheimlich schön. Es macht unheimlich Spaß einfach. Ich bin Industriemechaniker und ich habe mit Pneumatik, mit Metall und Ähnlichem zu tun. Und das macht mir einfach unheimlich Spaß. Wir haben jetzt in dem ersten Ausbildungsjahr und im zweiten Ausbildungsjahr hatten wir mehrere Wochen Lehrgänge hier bei Ford. Das hat uns natürlich auch sehr weitergeholfen, weil wir sind ziemlich viel weiter auch als unsere Mitschüler in der Schule zum Beispiel. Und es ist eigentlich nicht so schwer, wenn man einmal drin ist und das verstanden hat, geht das eigentlich ganz gut. Es sieht nur sehr kompliziert aus. Und ich finde, es ist bei Ford vor allem auch, dass hier in der Grundausbildung diese wöchige Roboterkur stattfindet. Das ist schon auch was Besonderes für Ford. Und ja, also man ist ja auch im Betriebseinsatz. Da lernt man auch die verschiedenen Fachbereiche kennen. Da ist man dann auch draußen im Werk. Da kommt es natürlich darauf an, was anfällt, was für Arbeit man dort erledigt. Aber man ist auch hautnah dran. Wir machen eine Ausbildung hier bei Ford als Industriemechaniker und haben einen Roboterlehrgang hier gemacht. Ja, es ist sehr geil, vor allen Dingen, wenn man so die ganze Technik hier dran versteht. Und vor allen Dingen der Lehrgang ist sehr intensiv, aber es macht richtig Spaß, mit so einem Roboter näher zu verfahren und zu bewegen. Vor allen Dingen, weil der Beruf ist sehr vielseitig. Man tut verschiedene Sachen machen. Metallbearbeitung hier, Programmieren, Automatisierungstechnik. Wenn du genommen wirst, wirst du zum Einstellungstest gerufen. Dann muss man halt eben zu Hause online einen Einstellungstest absolvieren. Und dann wird man nochmal hierhin gebeten, um selber zu gucken, ob er wirklich die Leistung erbracht hat. Und wenn das passt, kommt man zum Vorstellungsgespräch. Und wenn das funktioniert, darf man hier anschließend stehen. Interesse an einer Ausbildung bei Ford in Saarlouis? Rufe einfach direkt an. Die Ansprechpartnerin im Ford-Werk ist Gisela Hafner. Telefon Saarlouis 06831 92 37 00. Noch einmal 06831 92 37 00. Alle Infos auch unter azubi-by-ford.de. Das Ford-Werk Saarlouis freut sich auf deinen Anruf, gerne auch von den Eltern. Übrigens, auf azubi-by-ford.de kannst du dich auch gleich direkt bewerben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017